Letzten Mittwoch wurde mein Gehirn amputiert, ich hatte eine riesen Angst davor, doch es war gar nicht so schlimm. Mach ich doch immer noch Musik, guck ich doch immer noch fern und den Spaß am Leben hab ich auch noch nicht verloren. Irgendwie war's aber seltsam, denn ich hatte das Gefühl, es war eine Routineoperation. Alle Taten routiniert, easy going, im Nachhinein ist es mir egal, bleibt nur die Frage. Krank. Krank. Definitiv. Ob man mich vielleicht hintergangen hat? Vielleicht hatte ich gar kein Gehirn. Kritischer mit mir Nachdruck hätte ich Erklärung fordern sollen. Meine Interessen vertreten. Nun hab ich keine mehr. Ach. Man hat mich sowieso nie ernst genommen. Mich betrogen. Hintergang. Dächtig hätte ich ein Hirn. Dächtig. Dächtig. Da, Dächtig. 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 Nein!